Ich habe hier für Grundzug eine Folge OP-Sucht. Ich fahre weiter Karamek. Die Hustung sieht noch gut aus. Essen nehme ich noch mit. Und ein Schwert brauche ich noch. Schwert. Dann... Flash Farm. Ähm... Farm... Farm Server 5. Ja, und zick hier. Nichts mach. Hol ich. Bumm. Kaputt. Karamek. Welche Spitze? Die hier benutze ich. Eine Kiste teilt zum... Doppelkiste, glaube ich. Moment. Und... Genau. Ich fahre mich auf die Näche. Halt. Schwert. Jede Wann. Und dann habe ich dann kein Problem mehr. Dann... Ähm... Eine Kiste Karamek kost... Ich werde teils 1.500. Ich fahre mal Karamek mal. Ich wusste, Karamek ist sehr viel wert. Dann mache ich mal mein ganzes Inventar mal voll. Ich fahre. Dann höp. Natürlich lasse ich die Haare offen. Ich lasse die Haare offen. So. Willkommen. Hör mal. Zwei. Drei. Hup. Ach komm. Pack ich hier. Dann mache ich mal so. Und dann nur eine Sorte. Ein. Kommen. Dann... Entschuldigung mal auf Die Farmen gehen. Es ist sowas Tolles. Jetztrestöck mal was Tolles. Weiß, feine Kiste. Eine konverkte Doppelkiste, 27.000, 27.000, 27.000. Eine Doppelkiste. Ja, lohnt sich. Ja, lohnt sich. Mal gucken, ich selber verzaubern oder sofort verzaubern. Kaufen. Mal sehen. Dann. 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 Gut was essen und weiter geht es. Toll. Abbauhilfe, sehr gerne. Spinner. Zwei Zombies. Eins, zwei, drei. Zwei Zombies. Jetzt aufruhen. Weiterfahren. Anrufen. Zwei Zombies. Zwei Zombies. Zwei Zombies. Zwei Zombies. Bise. Zwei Florister. Kot Kot. Guck guck, komm mal hier hin. Drei, drei, bumm, mach bumm, mach bumm, bumm, das ist auch erledigt, jetzt geht es mal schon, naja, geht es noch. Spinnerlinz. Spinner ich down und weiter geht es. Dann gehe ich hier lang. Spinnerlinz. Äh, hallo? Zwei, drei. Und dann weiter farmen gehen. Spinnerlinz. Spinnerlinz. Und ich bin... Enderperle, gut. Dann nehme ich die Enderperle auf. Dann hole ich mal neue Rüstung und dann weiter farben. Neue Rüstung und neuer Helm. Neue Schuhe brauche ich. Neue Schuhe brauche ich. Falls ich Löffel abgeben, dann packe ich die Spitzhacke in meine Cee. Und so kommt es da hin. Gut. Und weiter geht's. Keramik farmen. Fünf und los geht's. Ja. Eins, zwei. Und weiter geht's. Eine Endermine habe ich getötet. Und läuft. Und weiter den Berg abbauen. Und weiter geht's. Okay. Vielleicht neunzehn Minuten. Ich denke, das habe ich kurz zuvor gekommen. Ich. 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 Ich.